Moin Büros. Wir haben gleich das Paket von Ultra Factory. War wieder eine Sammelbestellung mit jemandem zusammenhalten. Er hat dort bestellt und mir jetzt meinen Anteil quasi zukommen lassen. Warenwert ungefähr, was war es, ein bisschen über 120 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Verklebt. Der Hauptbesteller war natürlich Bürofanatiker. Ich weiß es nicht mehr, was war es. Ich weiß es nicht mehr, was war es. Ich weiß es nicht mehr, was war es. Ich muss mit einem Nano erbauen. Das war's. Zweimal, zwei Millimeter. Dann müssen wir wieder neu bestimmen. Ist das gut? Klar. Ja. Das sind schöne Dinger. Das hab ich auch noch nicht gehabt hier. Drei Mal. Nochmal Pirat. Soll ich hier? Boom, boom. Drei Piction. Kleine Cracker. Green F3. Da bin ich sehr gespannt. Zehn packen müssten es sein. Und kleine Single Release. Achso, ich sag's. Single Shots. Drei Stück. So, haben wir's. Wir sind für Silvester schonmal zum warmen Ballern. Ein paar Sachen, die ich garantiert vorher schon mal testen. Ja. Das war's erstmal. Haut rein, Fluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich bin der große Ball. So ein große Feuerball, Junge. Bam! 3 3 3